Herzlich Willkommen zu MyKnow. Heute tippen wir den 4-1 Spieltag. Los geht's mit Dortmund, Hovner. Also, Elin Karland hat die letzten 15 Minuten die meisten Tore gemacht in dieser Saison. Und ich tippe 2-1 für Hovner. Ne, für Dortmund. Leucusen-Mainz. Also, Mainz hat die Saison die meisten Punkte auswärts geholt. Und ich denke mal, Leucusen wird gewinnen. 3-1. Gladbach-Hertha. Also, Gladbach will in den Champions League. Und ich denke mal, sie werden deswegen gewinnen. 2-1. Wolfsburg-Bayern. Also, Wolfsburg ist will in die Europa League. Und Bayern ist top in Form. Und gegen Stuttgart, was ist das genauso. Konzentration. Und Stuttgart hat Stuttgart gegen Bayern 4-1 gewonnen. Weil sie in die Europa League wollten. Ich denke aber trotzdem, dass Wolfsburg 1-1 spielt. Frankfurt-Vaderborn. Also, da geht es um die goldene Ananas. Und ich glaube, die wird keiner holen. Es wird es unentschieden geben. 1-1. Werder gegen Köln. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für mich. Und ich tue bitte, dass wir 2-1 gewinnen werden. Freiburg-Schalke. Nur, Schalke hat nur Niederlagen kassiert. Letztens spielen. Und ich tippe trotzdem 1-1. Ossburg-Leipzig. Also, Leipzig hat noch die Chance, die Europa League ne, die Champions League zu verspielen. Und ich denke, Leipzig wird 1-2 gewinnen. Und nun Düsseldorf. Also, und nun Berlin spielt gerne gegen Düsseldorf. Und ich denke mal, Anthony Uja wird sie sehr motivieren. Der Ex-Bremer, der das 1-0 gegen Frankfurt geschossen hat zu 15-16. Und ich werde tippen. 1-0. So, Jungs. Das war's von mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielleicht kommt noch ein Video am Freitag. Tschüss. Abonniert. Tschüss. Vielen Dank.